Götz übernimmt Frankfurt. Falco Götz soll den FSV Frankfurt vor dem Abstieg bewahren. Am Montag wurde der 54-Jährige als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Thomas Oral vorgestellt. Der frühe Coach von Hertha BC und dem TSV 1860 München arbeitete zuletzt in der Regionalliga beim 1. FC Saarbrücken, hatte aber im März seinen Rücktritt erklärt. Orals Entlassung war bereits der 10. Trainerwechsel in der laufenden Zweitligasaison. Union verpflichtet Keller Fußball-Zweitligist Union Berlin startet mit Jens Keller als Cheftrainer in die neue Saison. Der 54-Jährige Ex-Coach von Schalke 04 und des VfB Stuttgart erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018, teilte der Klub mit. Er treffe hier beim 1. FC Union Berlin auf ausgezeichnete Bedingungen. Die Erwartungshaltung des Vereins an seiner Arbeit sei klar formuliert worden und genau das wäre auch sein Wunsch gewesen, sagte Keller. Bis zum Ende der Spielzeit wird Union von André Hofschneider betreut. Lahm unzufrieden Kapitän Philipp Lahm sieht Probleme im Spiel von Fußball-Rekordmeister Bayern München und hat seinen Mitspielern vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon die Sinne geschärft. Die Mannschaft habe in den vergangenen Spielen einige Male etwas die gedankliche Frische vermissen lassen, kritisierte Lahm im Kicker. Nach dem Champions-League-Viertelfinale wartet bereits das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bremen. Taski liebäugelt mit VfB-Rückkehr Seda Taski räumt ein, dass der Wechsel zum FC Bayern ein Fehler war. Der 28-Jährige wünscht sich laut BILD zur neuen Saison einen Wechsel zu einem anderen Bundesligisten. Sein Ex-Verein Stuttgart sei immer eine Option. Nach seinem Wechsel zu Bayern in der Winterpause kam der ehemalige Nationalspieler nur gegen Darmstadt zum Zug. Nach einer schwachen Vorstellung wurde Taski in der 52. Minute bereits ausgewechselt. Vertrag geleakt. So viel verdient Neymar. Die Enthüllungsplattform Football Leaks hat den nächsten Vertrag eines internationalen Spitzenfußballers offengelegt. Das Opfer Barcelona-Superstar Neymar. Neymars Gehalt addiert sich inklusive Bonuszahlungen auf mindestens 49,5 Millionen Euro für fünf Spielzeiten. Wer Neymar verpflichten möchte, muss eine festgeschriebene Ablösesumme von 190 Millionen Euro an die Katalanen überweisen.